Hey Freunde, ein eher ungewöhnlicher Artikel, vor allen Dingen zum Abfilmen sag ich jetzt mal. Wir haben hier die Sena Knetterton XXL. Preislich kriegt ihr hier vier Fontänen mit 100 Gramm, also das sind Presslinge mit 100 Gramm. Kann man mal gucken, hier steht es 100 Gramm. NEC, also NEM auf Deutsch. Wie gesagt, Paket kostet 6 Euro und die kleinen Teile sollen 2,5 Minuten vor sich hin quacklen. Also richtig so quacklen. Also für mich das Perfekte, um den Nachbarn zu nerven. Ich habe überlegt, ob ich die aufnehmen will oder nicht, aber ich finde den Artikel relativ gut. Man kann halt wirklich mal das Ding anzünden und kann sich mal hinsetzen und kann wirklich mal 2 Minuten einfach mal genießen. Für einige, die den Effekt nur sehen wollen, ihr könnt ja kurz reinschauen und die, die den kompletten Pot sehen wollen, die können natürlich das ganze Video schauen. Ich werde den auf jeden Fall nicht zurechtschneiden, ich werde das einfach so lassen, wie es ist. Also Freunde, dann sehen wir uns gleich mal draußen zur Zündung und wir zünden gleich ein ganzes Paket, denke ich mal. Macht sich, denke ich mal, einfacher. Also, bis gleich draußen zur Zündung. Und dann kommen wir einmal in die Knetterton. Ich hoffe, ich habe einen Augenblick aufgenommen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.